Herzlich willkommen zurück, wir sind hier am chillen mit Baskalin und Lyra, wir sind am Jägerlager, haben ein bisschen gejagt, also die haben gejagt, wir haben einen Scavenger geschleppt, denn wir sind übertriebener Lauch, aber wenigstens haben wir eine coole Armbrust, ja. Ja und jetzt chillen wir hier, bis der Tag wieder anbricht und ich wollte euch das Lagerfeuer IP auch nicht entgehen lassen. Und ja, wir sind natürlich live im Stream, wenn ihr Bock habt, guckt in die Videobeschreibung, da ist der Twitch-Link, da könnt ihr draufklicken und dem Kanal folgen und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es hier weitergeht. Ja. Und das ist ziemlich cool, dann verpasst ihr nichts und könnt quasi mehrere Folgen am Stück gucken. Du gehörst jetzt zum Rienes Abhärtungsprogramm, äh, wenn ich dir für den Sieg über Alka, hab ich dir für den Sieg über Alka einer geschenkt. Boah, Rienes Digga. Will ich wirklich wissen, was das Rienes Abhärtungsprogramm ist? Ich glaube ja eher nicht. Die Leute sind oft viel zu hektisch und hetzen von einer Aufgabe zum nächsten. Entspannt mit Freunden zu trinken, ein tiefgründiges Gespräch mit Bekannten oder auch mal stehen zu bleiben. Und sich die Natur oder auch nur sowas alltägliches wie den Sonnenuntergang anzusehen. Die Zeit nehmen sich die wenigsten. Das macht viel aus. Ich weiß ja nicht. Der Tag bricht an und so auch die Hoffnung. Die Hoffnung auf eine neue Zukunft, die mit einem Like und Abo unterstützt werden kann. Ehre, Rienes, Ehre. Naja, ich werde es annehmen. Das hört sich natürlich sehr nützlich an. Das Abhärtungsprogramm? Ich weiß ja nicht. Was kann ich nur mit einem Brumm und trinkt stumm? Die Hoffnung. Okay. Garm schaut kurz zur Lüre. Er mustert sie kurz. Wer weiß. Das langsam angehen zu lassen ist oft keine Option. Doch, doch, das willst du, glaubt mir. Na, wenn Drestos das sagt. Vergiss nicht, dass ich Akana auf den schwersten Schwierigkeitskraft durchgespielt habe, Dokra. Weil ich dich nicht abhätten kann, wer dann? Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Wer selbst könnte schon von sich behaupten, so eine Selbstgeistung überlebt zu haben? Akana hat den höchsten Schwierigkeitskraft, Alter. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen. Und umso wichtiger ist es doch, wenn man es langsam angeht, wenn die Option besteht. Okay. Und jetzt? Okay. was gelingen hat trinkt weiter in Sturm und blickt ins Feuer vielleicht auch schon im Gespräch vielleicht auch nicht ganz die Flasche aus er ist nur er sieht nur leicht angeheitert aus einfach eine 6 gewürfelt ich hätte lieber was schlechtes gewürfelt ich habe keine Lust das langsamer gehen zu lassen das Leben ändert sich nur wenn man auch etwas tut es ist besser als schneller als langsamer zu machen da ist bei Xesha schon auf Normalprobleme ich hab's first try in 2 Minuten oder so geschafft oder 3 Renes ich schwöre dir das letzte was ich will ist dir den Arcania Meistertitel abzuerkennen ehrlich wir haben schon nach oben und schließt die Augen kurz während der Regel auf die wegen während der Regen auf die Gruppe prasselt sieht das chillig aus Leute ich will mich auch dazu setzen habt ihr noch Platz für den vierten ich bringe auch Pina Colada mit Bruder Lagerform Musik im Hintergrund setzt euch ans Lager Feuer immer wieder lediglich kleine Schlücke aus der Flasche ich denke dass euch Herr Baskalin bestätigen wird das auch als Soldat nicht immer nur schnell nach vorne gehen kann Abwarten gehört auch dazu wer zu schnellem Aktionismus verfällt kann sich selbst in Gefahr bringen ich denke man sollte sich in die Hütte zurückziehen über das Zwischen des Wassers auf den heißen Kohlen hinweg nicht langsam auf nicht langsam auf ja eine Nacht am Lagerfeuer beim Lost Place Boa Rines das ist eigentlich ne geile Idee wir entschuldigt am Lagerfeuer zocken grad ja oder Drestos das äh das von dir zu lesen weckt Erinnerung Mislera hat durchaus recht mit tonloser Stimme und unnötig nass sollte ich auch nicht werden das tut der Ausrüstung nicht gut Guck mal wie cool die Frau aussieht guck dich die Kapuze an hell yeah girl just slay oder so Boa Rines Boa Rines das können wir mal machen Alter warum eigentlich nicht denn es ist perfekte Wörter dafür wie lange hast du noch Urlaub ah obwohl klären wir das lieber privat dann drinst zwei Hocker ich kümmere mich eben darum dass die Akkupeute nicht nass wird ich komme mit dir da musst du nicht alleine da musst du nicht alleine tragen naja diese Woche ah das könnte knapp werden puch gerne lass uns doch äh ja wie Herr Garnsagt wie greift sich bei dem scavenger ah das klappt nicht da bin ich nicht in Essen Samstag bin ich auf eine Party eingeladen Geburtstagsparty oh nein scheiße was können wir den Wolf auf die Schultern schaut einmal die Dunkelheit einfach einmal allein gelassen und wollte ich äh wieder mit ihr allein lassen das ja da lang ich habe mich aufgepasst hihihi sorry allgemeinmal sammsteig ah ja 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 allgemein so kriegen wir das nicht mal hin absolut absolut das was mit ihm auf sich geht ist auch unklar ne mit Pascal bei ihnen der distanziert sich der nimmt nicht so am gespräch teil ist eine schweigsame verständlicherweise wahrscheinlich denkt er an seine Familie und ab mit dir und ab mit dir setz dich ruhig nur so das war nicht in ganz Mönchmann sein ich glaube nicht glaubt ganz einfach bisschen klar kommen auf sein Leben schickt extra nah an Garmin und nicht an den Banken bei Barst oh Gott jetzt ist die Bank ich bald das soll das um Auge hab aber irgendwie ein ungutes Gefühl ja dann lassen sie alle hier bleiben da lassen sie alle hier bleiben das hat ein Thumbnail guckt sie euch hier an das sieht bezaubernd aus schreibt mir das auf 3 äh dann ist das 13 Minuten ich dachte nur dieses Stück Klopapier nicht verlieren oh guck mal wie cool wir alle aussehen also die beiden mehr als Gaben in seiner Kleidung aber trotzdem Lyra nimmt Neon Bask in den Platz hoffen wir das er gefühlt euch täuscht ein wenig mehr Gamma anmachen ja jetzt klar machen wir machen wir Jungs ähm Breitness so und dann F4 ja Huch Scheiße F4 einfach mein Leben zerstört so besser oder noch ein bisschen heller tut dein Klopapierzettel im Sommerküste 66 ja wenn ihr wissen wollt wie ich zu dem tollen Namen gekommen bin guckt euch dog vlog 1 ein was ist los mhm Drastus weiß es auf jeden Fall er ist der absolute OG bevor ich irgendwas mit YouTube gemacht habe haben wir S4 Ligi gespielt und da hab ich mich schon so genannt ja er kennt die er kennt die Zeit noch zu gut hehehe man kennt S4 Ligi übrigens nicht mehr spielen Leute sehr traurig für die Fans ich schwöre das geilste Game der Welt ich schwöre das geilste Game der Welt oh jo ich bin grad ganz dankbar dass ich mitkommen durfte auf die Akt ist voll das coole Erlebnis ist auch schönes LP ok man hat einfach Bock ja du hast das die haben das Spiel wurde er verkauft und so viele verschiedene Publisher ist halt es halt mies ne ich hab's halt keine Möglichkeit mehr ich wüsste auch nichts was vergleichbares ehrlich gesagt was gelingt rummelt das hoffe ich auch aber die Nacht ist unruhig und der Mond scheint nicht allzu heil er hält kurz inne in solchen Nächten hat mein Vater mich immer vor den Gefahren der Welt gewarnt er meinte dass es solche Zeiten sind wenn Böses am nächsten ist und man deswegen es nicht heraufbeschwört wenn man darüber redet ach weil es schon da ist und beobachtet Plot Twist er zieht sein Schwert und tötet einfach Lyra und Gam er war das Böse all along er kämpft gerade gegen seine böse Seite an hmm das finde sogar ich etwas überzogen aber gesunde Vorsicht schadet sich ja nicht die Nacht ist dunkel und voller Schreck können gab es nicht auch in der Lore von Escalon äh so Monster die auch nachts kommen und die Leute zerstören so dann ist das ja auch auf jeden Fall sehr berechtigt irgendwie die Schatten oder so ja ok vielleicht meint er auch einfach das Schattenzehrer Schattenzehrer nur weiß den Namen noch keiner mehr P weiß ich nur durch den 5 Apropos wie da sind wir gerade? 29 nicht schlecht schön schön das stimmt meine Eltern waren oft nächtelang auf der Jagd weil es ihnen selten was passiert das war auf Color Door richtig äh das war auf Color Door wie oder wo ehrlich gesagt vielleicht war ich aber auch einfach blind ich wollte nämlich für Dogvlog ähm ähm bisschen was davon aufnehmen von dem Gameplay hab's aber nicht geschissen bekommen und musste irgendwie ein anderes Gameplay von jemand anderem nehmen Gameplay von 20 und 20 versuch mal das Spiel runterzuladen und sag mir ob ich einfach nur ein dummen Kopf bin und wenn ja dann schickt mir den Link auf Discord bitte genau ihr habt ein gutes Gedächtnis aller Star vergisst es selbst heute noch oftmals sie waren sicher sehr fähig ich hörte Color Door ist nicht wirklich sicher Junge was für Esfol Xero willst du mich verarschen? ich google das jetzt ha 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 Junge S4 Xero Xero S4 Leech oooohh das ist ein privater S4 Leech Server von Fans gemacht geil Leute er ist 4 stream ha 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 eines Tages ah nice alles da mhm der Kerl hat auch überall einen Löffel in der Suppe und freut mich nicht dass er das dass er alles vergisst die allerbesten beide waren meisterhafte Schützen auch wenn meine Mama oft schimpfte dass mein Papa die Dinge oftmals ein wenig zu sorglos betrachtete wie mein er hat überall einen Löffel in der Suppe mhm das kann man sehr zweideutig auffassen aber ich nehme an es geht darum dass er halt einfach viele Connections hat nachher aber noch ein bisschen noch und wir haben die Nacht überstanden ich meine dass der Kerl der Baumeister der Stadt Meisterschreiner, Tabernleiter und weiß was noch betreibt Meisterschreiner Meisterschreiner ich habe ihn fein einfach im Wirt gehalten was Garm vergessen hat was wir erwürfelt haben von einer Stunde oder zwei ist dass er mit Alastar sogar ein Dachzaum gebaut hat der beste Baumeister war immer noch ich und der beste Burgner lass das mit dem Baumeister nicht tänzeln hören ich bin noch einmal kurz auf Chlor Leute bin aber sofort wieder da den Tauren der dem Hallo? So, wir können lästern. Hm. Grenes ist der Beste des Grenes. Okay. Er ist sehr emsig, das stimmt. Er hat zudem einen Verlag geöffnet, um junge Autoren zu unterstützen und die Kultur der Stadt und Frauen zur Bibliothek zu fördern. Hm. Baskalle nickt. Ein ordentlicher Mann und ein aufrichtiger, so viel ich weiß. Hm. Klingt wie eine wichtige Person. Ich wollte mal ein Buch schreiben auf S-Colon. 40 Seiten waren mir viel zu wenig. Hab es also gelassen. Ich finde 40 Seiten ist eine Menge tatsächlich. Für so ein In-Game-Roleplay-Buch. Wenn man bedenkt, dass die Bücher in Delore gefühlt drei Seiten haben. Wenn überhaupt. Oh, der Himmel sieht so schön aus, Leute. Scroll mal ein bisschen raus. Ja, macht halt eins und zwei. Ist doch easy. Und Teil drei. Und Teil vier. Und Teil fünf. Ja, er ist zudem, äh, Patrizia. Und Senator der Stadt. Unterstützer in der Familie in der Heimat. Alles da, wie viele Jobs willst du? Ja. Alle. Ich will alle. Würde ich kaufen. Oh, ein Mörder-Mystery. Geil. Auch wenn es denn Teile sind. Ich finde das auch richtig cool, tatsächlich. Wenn er gar ein bisschen mehr Cash hat, dann würde er wahrscheinlich auch noch Bücher kaufen und so. Die es halt so gibt. Wenn möglich. Aber dazu hört er vielleicht sogar selbst eins schreiben. Er hat es ja so mit den Worten. Nicht. Mit so Bängern, wie klingt, wie eine wichtige Person. Oh. Julia hat Zuflucht auf der Insel Esken gefunden. Nice. Eine neue Lady. Ich finde es immer cool, dass wir mitbekommen, dass neue Spieler reinkommen. Weil hier, ich habe es jetzt alles dokumentiert, ja. Und. Irgendwann in 10 Jahren können sich die Spieler nochmal zurück diese Meldung ansehen und wissen, okay, hier hat alles angefangen. Wie cool. Das gefällt mir sehr gut. Und da ist irgendwann meine Notizen verloren gegangen mit dem Charakteren. Dann habe ich es ganz aufgegeben. Krise. Ja, das war es dann auch wieder mit Julia. Wir sehen uns dann in 10 Jahren. Ach, Mann. Guckt euch diese 3 einfach an. Hier in der Nacht, am Schillen, Nacht durchgemacht, Alkohol getrunken. Wollt ihr, dass im ersten Kapitel der POW-Charakter stirbt und da einen neuen gilt? Und es dann einen neuen gibt. Und es gibt immer Hinweise, wer der Mörder ist. Aber am Ende wird es nicht enthüllt, sondern die Leute müssen selbst spekulieren. Oh, das gefällt mir, Rieners. Das ist ein cooles Konzept. Schade, dass du es nicht gemacht hast. Fände ich interessant. Ja, Krise. Bei der Gouverneurswahl hatte sich ja auch aufstellen lassen. Da ich wusste, dass Herr Thürn das Amt nicht möchte, habe ich alles da die Daumen gedrückt, aber ohne Erfolg. Hm, Thürn, ha? Also, ich habe das Amt nicht gemacht, aber ich habe das Amt nicht gemacht. Wieso wollte Herr Thürn das Amt nicht? Und viel wichtiger, wieso übt er es aus, wenn er es nicht will? Das ist die Frage. Aber ich finde es immer so schön, wenn die Blätter runterfallen. Ich denke mal kurz, es ist so eine Sternschnuppe, die runterfällt. Yo, Leute, seht ihr das? So, ne? Da oben so in die Richtung, im Himmel? Da ist irgendeine Plattform oder so. Oder die Wolken sehen einfach ganz weird aus. Und mit dem einen Stern etwas heller fällt? Sehr spannend. Vielleicht irgendein Dungeon oder so, der einfach weiter oben in der Map platziert wurde. Sieht fast aus wie ein Raumschiff. Oder bilde ich mir das nur ein? Seht ihr das auch so? Herr Thürn war früher Zunftmeister. Als der ehemalige Gouverneur, Herr Woy, sein Amt niedergelegt hat, hat er es einen neuen gebraucht. Was schade war, Herr Woy war im Allgemeinen sehr beliebt. Ich glaube, ich kenne Woy auch. Also ich glaube, wir haben schon mal LP gemacht. Vor 1000 Millionen Jahren. Ufo! Ja, Rienes, ich sag's dir. Ufo einfach. Du kannst genau hin, siehst du Douglas Grabstein. Nein, Mann, den siehst du, wenn du jetzt unter dem Stream schaust. Oh, shit! Aber ich sehe gerade, das Fenster ist ein bisschen verschoben. Also es ist nicht so, wie es soll da. So. Da war noch ein kleiner schwarzer Balken links. Aber ist ja niemandem aufgefallen, ha? Alles cool. Rienes, warum sagst du da nichts, Digga? Sag das doch einfach. Stream direkt nochmal schlechter DH-Buch. Krise, Leute, Krise. So schnell kann's gehen. Ja, ganz genau, Rienes. Die Bürger haben Herrn Thürn mehr oder weniger überredet, sich aufstehen zu lassen. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Integrität. Er selbst war aber eher unzufrieden und wollte sein Leben eigentlich als Adliger fristen und es seinem Handwerk widmen. Hm. Juli hat scheinbar technische Problems. Okay. Also hat er für das Allgemeinwohl sein eigentlichen Ziele vernachlässigt? Klingt edel. Ah, ja. Stimmt, kann sein. Aber wenn du dich einloggst, dann steht er ja schon, dass du den 4 GB Patch brauchst. Also so, die Hinweise sind da. Sie kriegt das sicher hin. Und weil ich kann ja vielleicht jemand helfen. Aber als gerade ist, glaube ich, drin, oder? Na ja. Ist aber das ließ nicht jeder. Ja, true. Ach, Leute. Da ist immer noch ein schönes Bild. Scheiße, ich war ja die ganze Zeit im Wild. Das kann ich nicht so ein Funken machen, weil meine Fresse da drin ist. Wir machen mal kurz, wir machen mal kurz ein Switcheroo. Kann man so sagen, ja, er ist wirklich ein guter und verlässlicher Mensch. Manchmal wohl zu sehr für sein eigenes Wohlen. Hast du dir nicht aufgefallen? Rinus lacht mich jetzt nicht aus. Wie meinst du das? So, warte, Leute. Ich bin gar nicht da. Oh. Okay, das sollt schon reichen. Schreiben wir mal dazu 34. Nur für den Fall. Okay. 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 Nein, Rinus, das werde ich jetzt nicht tun. Das wäre ultra nervig. Ja, ich könnte es auch ganz recht, aber dann muss ich ja wieder dran denken, wenn da LP-Info ist, mich wieder zu verschieben. Das ist doch Quatsch. Ich bleib einfach, wo ich bin. Und dann ist das doch sinnvoll. Ich bin ganz happy, dass das funktioniert mit dem Greenscreen tatsächlich. So, beim Einstellen war das teilweise richtig furchtbar, aber jetzt geht es eigentlich. Das ist ganz cool. Leute, ich habe gesehen, man kann für so einen Greenscreen einfach 300 Euro ausgeben. Alter, ich habe mir einfach so ein grünes Laken für 11 Euro gekauft. Und das hier an die Wand genagelt. Und dann gib ihn. Vielleicht hat das mit dem Einstellen deswegen so lange gedauert. Aber egal. Wenn es mir hunderte Euro spart, sind die paar Stunden schon okay. Wir können ja gerne nochmal gucken, wenn wir LP-Info sehen, Rinus. Dann kann ich mich nochmal umschieben. Stützt ich das so sehr, dass ich hier bin? Wahrscheinlich der Sparfox, ich sage es dir, Tor. Einfach die Wand grün anmalen und alle Möbel im Weg. Ja, das geht nicht so ganz. Da müsste ich tatsächlich die Tapete, die Raufwassertapete nochmal umändern. Weil das muss ja alles ungefähr den gleichen Grünton haben. Jetzt habe ich da ein Licht. Hier habe ich ein Licht. Ne, Quatsch. Da habe ich es sogar ausgemacht. Das Licht. Dass das ungefähr gleichmäßig belichtet ist. Damit das funktioniert. Wie ich sagte, er kümmert sich gerne um andere und geht seinem Pflichten nach. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er selbst dabei ein wenig zu kurz kommt. Ich weiß noch, wie froh er war, als ich mit ihm über... über schlussendlich Nichtigkeiten sprach, anstatt lediglich meine Bestellung abzuholen und dann wieder zu gehen. Will ich das raufeln? Na, ich glaube schon, okay. 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 da schaut kurz zu mir und dann wieder nach vorne das habe ich gerne eine gute Laune Laune erhaltet sich auch viele ganz bestimmt und ich nicht richtig hinsetzt könnte man denken du sitzt auf der Bank mit Lübler und pass ich setze mich so zwischendieb ich bin der Aufpasser hier ja ah die Sonne geht auf der Himmel wird lila oh shit mein Paket wurde versandt nice ich hab euch ja erzählt ich wollte mir noch ein bisschen was bestellen war ja jetzt Prime Day habe ich mir eine Kamera bestellt wenn ich mal wieder irgendwie vloggen will oder so außerhalb von hier und äh den Popschutz das hat mein Haltermeister auch immer gesagt Plotwurst Garmes einfach die Reinkarnation ihres alten Meisters der gestorben ist die Sonne geht wohl langsam auf dein Gefühl scheint dich gedrückt zu haben sagt Garmes in Richtung Baskarin Pfeil dem Poster drei Charaktere the three characters are from Gothic the offer is a real person das wird auch ein toller Titel da gibt es viel scheint dich gedrückt zu haben die da rechts für sechs Ex-Menschen stehen scheint so das ist auch besser so wenig damals so stimmend oh mein Gott wir können sogar wenn wir uns anlehnen nicken ich raste gleich aus alter das ist so ein heftiges Spiel da habt ihr recht mach mal Liegestütze Junge warum soll ich denn jetzt auf einmal Liegestütze machen und ihr habt doch noch kurz Zeit von morgen Sport oder Euro Training Euro Training dann machen wir uns mal auf ok wenn ich erfahre wie ich aus diesem Ding rauskomme dann komme ich auch mit anlehnen nein hör auf nein hör auf nein hör auf ok R4 jawohl das klingt gut ich freue mich schon auf mein Bett ok ähm streckt sich kurz ähm streckt sich kurz eher als ich einen Scavenger gereift du grad ganz viel Spaß ich hab wirklich Spaß macht übel Bock Lyra nimmt den äh ne machen wir erstmal was kann ich pack den Wolf bei den Beinen ich ebenfalls hielt die Wolfe die Schulter die Stadt ist auch nicht weit Lyra nimmt den Scavenger den äh äh Kreien und hielt diesen hoch wagen wir mal oh oh kurzer lag mit wem muss ich eigentlich sprechen um meine Hütte zu mieten dann kam dass die Dame das Tier tragen was am weitesten weg ist das wäre folgen der Name kommt mir bekannt vor bei der nächsten gelingen hat schreibe ich mir das mal in mein Heftchen Chat endert mich an folgen ok ah scheiße da sind noch Molaratis warte kurz Bruder regelt Bruder regelt der Herr war gestern in der Taverne ah bah Hüttenmeans in meiner Zeit haben wir das Hütten selbst gebaut ok Spaß beiseite ich war der einzige scheiße und weiter nicht schlecht ja bei äh History of Korinus muss man sich seine Hütte safe selber bauen da ist noch eine Droge ich geh mal ein bisschen weiter nach rechts damit er uns nicht beißt 5 in der Mannschaft zu können geht weiter ok wir scheinen den eigentlich nicht zu jungen aber klar dass den noch geschlachten womit lass ihn doch schlachten meine ich euch beide ah nein das war wohl nicht nötig korrekt im Einklang mit der Natur töte nur was du tragen kannst das war wohl nicht nötig boah ist das laut schau jetzt könnt ihr mich hören gut gar nicht zu der Feldräuber er schaut kurz was den Scavenger zum leichten Beben bringt ich habe ein Komma vergessen boah war das laut wie die Gothic 1 Vögel ich gehe mit meinen scavenger mit mir da oben war ein ufo ich trinke gerne bier sorry leute wir hören dich mein bein leid mein bein leid oh shit da ist schon die stadt lyra pustet beim tragen aus und drückt den vogel auf ihre schilder zurecht ich hatte mal zu garm herüber eine schöne jagd die bolzen hervorragende qualitäten ist lehrer alles in ordnung die hat den scavenger nun ruhig keucht aber dabei erwidert er lürer die republik mann für die republik ab bis das freut mich aber ich glaube da ist immer noch luft nach oben dass da immer noch luft nach oben ist sie haben gut stabilisiert aber dadurch ist der luft widerstand fast schon zu groß geworden es bremst die bolzen minimal aus bei den nächsten fuhren was sich das aus kein mensch kann mehr dedicated sein in ihrem job als bürger tut das was sich das aus bein w w w w w da ist immer noch ultra cool dass wir die so tragen können die wie ich hab das gefällt mir ich weiß nur die hälfte meines commentary ist einfach dass ich einfach verliebt in dieses spiel bin und wie schön das alles gemacht ist ob war das hat auch zu rechts da ist einfach krass acht wenn man die drei arbeit gesagt hätte dass 2002 also 2002 herausgaben oder so oder 2003 weiß ich nicht mehr jahre später die fans so was geiles schaffen handy safe nicht geglaubt natürlich sagt seid ihr eigentlich noch zufrieden mit eurer armbrust ich habe heute da aktuell an etwas scheiße was eigentlich meine armbrust ach so ich trage den vogel deswegen habe ich keine armbrust ok halt auch wenn du noch da bist könntest du mal kurz ausrufezeichen erst kann auch noch mal ein tippen schon weil ich ein herr dass das draußen war aber weiß vielleicht läuft ja gerade jemand der sich fragt wie kann ich dieses geile game denn zocken wäre sehr edel von dir falls du gerade noch da bist und zwar ich das gleich ich bin recht zufrieden aber ich würde nichts gegen eure neuen innovationen besprechen ehrenmann danke ehrenmann danke meister lindrich und ich forschen fleißig gut leg die tiere ich habe ja tor ich weiß das ist ja ich habe sie dran okay hat Jura eigentlich eine Nahkampfwaffe? sie sieht nicht so aus danke fürs mitnehmen es war eine sehr spannende und lehrreiche Erfahrung ich bin kein Roboter sondern ein Mensch bitte glauben sie mir ich mache das Gamma wieder ein bisschen runter weil der Text sieht jetzt ein bisschen zu bright aus unten links finde ich und einfach ein bisschen mehr Kontrast ja so ist das glaube ich ein bisschen angenehmer zum zugucken Ah, Rienes hat ein Bild von seiner Hütte gefunden, cool ich bedanke mich für eure Begleitung und die euch aus und bringt eure Waffen ans Torgam wenn du Stämme oder Tiere transportierst, wird niemand was sagen, aber bringt danach die Waffen zum Tor jawohl ah, wer das wollen würde, hätte er schon gesagt dann auf bald dann auf bald guten Tag euch beiden wir warten noch was Pascalin sagt aber dann düsen wir ich bin ja auch lange genug und dauert, Rienes ja, darüber haben wir schon vor 20 Jahren gesprochen ich habe keinmal auf meinem PC, ich muss auf das Code gucken, weil die den geschickt haben und Doga habe ich wieder die Doga, Ramiens gefunden Ah, die kenne ich noch. Sehr schön. Nicht lieber zu. Euch noch einen Schönen... Achso, ja, das hatten wir doch schon. Also, das ist schon teuer. Nichts, ja, weil ich darf es in der Passkommen nehmen. Ihr seid an einem angenehmen Tag und passt auf mich auf. Okay. Dann düse ich jetzt. Okay. Dann bringen wir mal unsere Waffen weg. Das wäre relativ cool. Auch wenn ich mag, wie Garm aussieht mit seinem Dolch und seiner Armbrust. Das hat was. Das könnte dann auch ein Kurzschwert sein, ne? Aber das ist halt alles nicht so lang. Also, also... Ich finde, der Dolch ist länger, als ein Dolch sein sollte. Und deswegen sieht der cool aus. Das wollte ich damit sagen. So. Ja, aber die Dogen waren witzig. Das war der Dogen mit dem Bogen. Ich erinnere mich da dran. Dogen. Kreativster Name der Welt, Leute. Ja, aber ich denke, wir nähern uns auch mit dem Stream langsam dem Ende. Tatsächlich. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um aufzuhören. Dogen mit den Drogen. Dogen... gesagt haben die sind einfach kreis ich hab's nicht ansatzweise gedacht dass es passiert wird sehr cool von euch Rauter Emote kommt ja schwöre mit bei seiner Kuntag ja vielen Dank 3.4 auf Level 100 Thor rastet einfach richtig aus bei Pokémon habt ihr eins der Meeps geschickt boah Leute geil so ein gutes Dogen Meme achso er hat's Thor geschickt ach Leute ist schon okay und gerade bleibt immer noch der beste Name ja wahrscheinlich cool das war ne wilde Zeit Leute boah ich weiß noch ich hab mich immer gefreut wenn ich ne scheiß Dorade gefunden hab beim Angeln das hat Bock gemacht glaubt ihr Game of Wish bestellt einfach doch gleich hab's ja auch nochmal geschickt du gerade Ehrenmann ja zeig ich euch später mal im nächsten Stream oder so ich denke wir werden jetzt erstmal tatsächlich nicht ähm also ich komm halt nicht dazu jetzt sehr zeitnah wieder Eskalon zu spielen weil morgen bin ich abends verabredet da werden wir wahrscheinlich am Vormittagsbereich wieder am Mittagsbereich streamen aber dann lohnt sich das halt nicht hier unten zu kommen weil da nicht so viele Spiele da sind dann spielen wir wahrscheinlich bald das Gate oder sowas äh und dann ist ja auch schon Freitag da bin ich halt nicht zu Hause Samstag bin ich auf der Feier Sonntag bin ich verkartetes Stück Scheiße und Montag habe ich noch nen anderen Termin das heißt Dienstag nächste Woche ist realistisch dass wir es genau weiter spielen aber hey weil irgendwie wenn ihr noch am Start dann nicht äh gefolgt habt dann macht das gerne das kostet nichts und da kriegt keine Benachrichtigung wenn ich wieder online bin und im Text wird auch stehen was ich dann spielen werde dann wisst ihr auch Bescheid falls sich die anderen Sachen nicht jucken so wir machen mal wieder Slash Exit und ja vielen lieben Dank an euch alle die dabei waren sehr sehr cool hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss echt noch übverarbeiten dass so viele Leute gesapft haben also ehrlich Leute ich bin sehr sehr dankbar vielen Dank na dann ich wünsche noch einen guten Abend eine schöne Nacht und ja wir sehen uns Leute haut rein ciao